Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachts von Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2093. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir geht es heute um Events. Die Werbung für manche Events ist allgegenwärtig. Ich habe Instagram aufgemacht. Ich habe im Web gesurft. Und ich bin durch Hamburg gelaufen. Und überall schreit es einem auf Plakatwerbewänden oder in den Online-Werbungen entgegen. Tutanj Amun, das immersive Ausstellungserlebnis. Das hört sich in allererster Linie mal ganz gewaltig an. Ja, und in dieses immersive Ausstellungserlebnis habe ich mich also begeben. Es geht um Tutanj Amun. Man kommt also hinein, nachdem man seine 22 Euro Eintritt bezahlt hat. Und wird dann, nachdem die Garderobe abgegeben wurde, von mehreren Texttafeln auf die Theorie eingestimmt, was man da nun alles sieht. Die Geschichte von Tutanj Amun. Danach kommt man in einen Raum, da bekommt man eine VR-Brille oder hat die Gelegenheit, eine VR-Brille aufzusetzen. Und mit dieser erlebt man, wie Tutanj Amun, der ja, wie ihr vielleicht wisst, in einem Sarkophag lag und gefunden wurde. Ich will jetzt auf die genaue Geschichte nicht weiter eingehen. Aus seiner Sicht verlässt man seinen eigenen Sarkophag durch die VR-Brille und kommt über eine Landschaft aus Lava und Vulkanen, alles sehr märchenhaft und ehrlich gesagt wenig erkenntnisreich, außer dass es irgendwie nett inszeniert ist, kommt man zum Rat der Götter. Also mit Tutanj Amun hat das praktisch nichts zu tun. Diese VR-Show ist ein reines Fantasiegebilde, eine Erzählung oder ein Märchen, ehrlich gesagt. Und wenn man dann die VR-Brille nach ungefähr sieben Minuten abgelegt hat, manchen meiner Begleiter ist es ein bisschen übel geworden, weil mit der VR-Brille, das muss man erstmal können, kommt man in einen Ausstellungsraum. Und da sieht man dann den Sarkophag, da sieht man eine Replik oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also mir kam das alles vor, als wäre es aus Styropor. Und das war es wahrscheinlich auch. Es waren natürlich nur Repliken zu sehen. Und wie ich dann später im Internet gelesen habe, sogar sehr viele fehlerhafte Repliken mit den falschen Hieroglyphen drauf gemalt. Und, und, und. Das größte Highlight in dem Raum war eine Fotobox. Da konnte man sich also reinsetzen, da war auch eine Schlange davor. Und dann wurde man da drin von einem iPad fotografiert. Und draußen wurde dann das eigene Gesicht als Pharao dargestellt. Also fast schon ein bisschen Klamaukig. Und dann geht es weiter in einen Raum. Da wird es dann, wie man heute sagt, immersiv. Heute muss ja alles immersive sein. Man könnte natürlich in ein Museum gehen, für einen Bruchteil des Geldes die ganze Wahrheit erfahren. Aber so erfährt man einfach bunte Geschichten, die teilweise zusammenhanglos wirken. Erlebt man da, so ist es zumindest mein Eindruck gewesen, in einem Rundumkino. Man kommt also in einen Raum, da hast du den Fußboden als Leinwand und die vier Wände um dich herum. Und da wird dann wieder eine Märchenshow abgefeuert, die natürlich sehr hell, sehr grell, sehr goldlastig und bunt ist. Und das begleitet von Musik mit starken Bässen. Ich frage mich nur, was das mit Tutankhamon zu tun hatte. Außer, dass es irgendwie alles ägyptisch aussah. Tja, das ist die eine Variante. Die andere Variante, seit Jahren, seit 2021, um genau zu sein, wollte ich schon immer mal in Dark Matter. Damals genau das Gleiche. Ich habe Werbung auf allen Kanälen bekommen und da hat sich in mir so der Wunsch festgesetzt, diese Ausstellung einmal sehen zu wollen. Die wiederum findet in Berlin statt. Und in der Neujahrszeit hatte ich die Gelegenheit, diese Ausstellung zu besuchen, die zum fast gleichen Eintrittspreis ganz was anderes bietet, nämlich Lichtkunst. Oder überhaupt erst mal Kunst in dunklen Räumen. Ein altes Industriegelände in Köpenick musste dafür herhalten, die Show selbst bewirbt sich als multidimensionale Parallelwelt aus Licht, Raum und Klang. Es ist ein Parallelkosmos aus raumgreifenden Lichtinstallationen, die die Grenzen zwischen realer und digitaler Welt verschwimmen lässt. In pechschwarzen Räumen eines ehemaligen Fabrikgeländes begibt sich der Besucher auf eine Reise durch sieben teilweise interaktive Werke, Lichtbewegung und Klangverschmelzen zu emotionalen Choreografien. So viel die Eigenwerbung. Und ich kann euch sagen, in dem Fall hat die Werbung dann ein bisschen mehr gehalten, was die Webseite versprochen hat. Man betritt also den ersten Raum, setzt sich unten am besten auf den Fußboden. Der Raum hat an allen vier Seiten Spiegel, die die Lichtinstallation, die an der Decke ist praktisch, unendlich wiederholt, egal in welche Richtung man schaut. Man kommt dann in den nächsten Raum, wo schwarze Bälle, so an Seilen aufgehängt, von Motoren rauf und runter gezogen, im Takt der Musik bewegt werden, dass ein Gesamtkunstwerk entsteht. So geht es weiter, bis man dann im Raum vier angekommen ist. Ich will jetzt nicht jedes Kunstwerk beschreiben, weil eigentlich will ich euch dazu verleiten, euch diese sehr eindrückliche und wirklich geile Show einmal privat oder selbst zu besichtigen. Und das sage ich, obwohl ich meinen Eintritt selbst bezahlt habe. Ich bin also nicht eingeladen gewesen, sondern es ist keine bezahlte Partnerschaft. Meine eigene Überzeugung. Und Raum vier ist dann eine Freifläche, eine Art Wintergarten, nett gemacht mit Foodtruck, mit kleinen Tischen und Lämpchen drauf. Überhaupt eine gute Crowd, wie man heute sagt. Ich weiß, heute ist immer alles nice und fresh und gute Crowd. Und das ist meistens sehr oberflächlich gemeint, aber dort ist es anzutreffen. Touristen aus aller Welt, vor allem junge Leute, gönnen sich diese Ausstellung und machen dann in Raum vier, also im Freien, kurz Rast bei einem Glühwein, einer Fritz-Cola oder irgendetwas. Alles bei geiler Musik. Und dann geht es in Raum vier weiter, die eine umwerfende Installation enthält, der eine umwerfende Installation enthält. Es ist ein digitales Feuer. Mehr will ich dazu nicht sagen. Man nimmt im Liegestuhl Platz, lässt es auf sich wirken und ist einfach nur sprachlos. Dann ein weiterer Raum mit einer interaktiven Plastik. Und das Finale, wenn man es als solches bezeichnen kann, eine schwebende Installation, die aus Lichtdreiecken besteht, deren drei Ecken sozusagen auch durch Seile an Motoren hängen und die choreografiert über einen Computer unfassbare Bewegungen machen. Und dieser Raum ist auch mit Bass-lastigen Boxen zugestopft. Sphärische Musik, geil abgestimmt auf die Lichtshow oder umgekehrt. Dieses Erlebnis, das ist tief in die Knochen gefallen. Die meisten Kunstwerke, die hat man so in fünf bis zehn Minuten erfasst. Beim letzten lagen wir fast eine halbe Stunde auf dem Boden. Nicht direkt, sondern da liegen überall Fatboys, solche Styropor-granulat gefüllten Kissen rum. Und da legt man sich drauf, genießt die Deckeninstallation, die sich bewegt, die leuchtet mit der geilen Musik zusammen. Also das wäre meine absolute Empfehlung, wenn ihr mal wieder nach Berlin kommt. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Don. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Talk mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.